Das Oberkommando der Wehrmacht gibt bekannt. Ein im Atlantik operierender deutscher Flottenverband unter Führung des Flottenchefs Admiral Lütjens stieß im Seegebiet um Island auf schwere englische Seestreitkräfte. Das Schlachtschiff Bismarck hat hierbei einen englischen Schlachtkreuzer, wahrscheinlich Ruth, vernichtet. Das Schlachtschiff Dieser Monat von Jแล in Swayne Die Freunden heißt mir, die Bedeutung aus der Propheten Das ganze Hochschiff ist die zweite Sie Flex 1st Kurtz Sie KrechtKitien Die Freunden sind in derح 지금까지 Ich in Hitze I'm alive 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 And the ship stands closer Where the doors might to be It is I'm alive To open fire on a gate It's a medical abuse I'm alive for a tooth We don't have one to the end It's a question to the sea I'm alive To die with a foe For this second she's a grave I'm alive I'm alive With the fire on a gate It's a crime for a tooth They don't live until the end It is like a jungle sea When the gun turns away I'm alive 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 In the dark Feeling There's no bitch To it You Oh! Turning against the wind Turning against the wind Fire! Fire! Kaffee Das war's für heute. And we survive And we survive A proxy iron Exploding debris Only we survive And we survive And we survive A lady turned fatter With poison iron trapped inside Symphony leads away Oh, oh, oh The city of the ISLF Hulk